Aber Feines Black lädt Best of's hoch von mir Also Best of März Etc Und mache damit auch echt gute Klicks Aber das ist ein Oldschooler, den habe ich das erlaubt Der ist schon sehr lange dabei Und dem erlaube ich mein Content Hochzuladen Nehme aber von ihm kein Geld oder sowas Wenn er damit Geld verdienen kann er behalten Alles gut Jo Freiner her, pflegten Best of Unterhaltung Seid gegrüßt heute hier wieder zum gediegenen Montagelins Video Monat jetzt rum Jetzt darf doch wieder an meiner Randziehung Stimme lauschen Die dieser wirklich leicht gekränkelt und verschnüpft ist Schreibt ihr Crazy Clips Rein da, direkt rein geht's hier in die Kommentare Ein Queen of Winterthrown Gedicht der Woche ist beste Auf jetzt ein Gedicht der Woche immer wieder Der Thomas Klasse Video zum Monatsende Danke dafür Und schönes Wochenende, Gruß Denn der Muschball Perfekt hat mich schon mega gefreut Kuss auf die Nuss Baba Video Freaky Flow natürlich auch Wie schnell der Monat vorbei war Hat mich schon für das Video gefreut Mal wieder klasse geschnitten Danke für die tolle Arbeit Der Ladmoor Krankerschnitt Freut mich immer wieder auf neue Highlights Der Jussi Jussi Baba Bruder Martin Wawel Moin Moin Sehr gut geschnitten Videos feiere ich schon sehr Luca Doll Leises Video Der Benni gefühlt ewig gewartet Stabile Leistung Der Burak noch nie in diese zwei Minuten am Anfang geguckt Hast doch nix verpasst Einfach skippen Unten rechts der Timer Kefo the Real Werden hier Kommentare gelöscht Ich glaube es hackt Manchmal löscht auch YouTube von selbst die Kommentare Dann der Musa Sapientum Kostiger Seid ihr gönnt Der Matthias Schneider Echt cooles Video Weiter so Danke dir King No Aim Gefällt Daumen nach oben Belly Wayne Bei mir steht Seid gerade Abonniert Super Video Besten Dank für dein Abo Und natürlich der Rorji auch Wieder mit am Start Hier einen Monat warten Du brichst mich Ja den kriegst du schon irgendwie rum Dann hat es noch ein paar Unnötige Kommentare gehabt Aber die werde ich nicht vorlesen Und zu guter Letzt Dann der I-Auf Und ab dafür Richtige Männer lassen die Finger von Nanspray Und hauen sich Wasabi durch die Nase Null Komm Geschichten aus dem Paulaner Garten Montes Po mit dem Zweier Kannst du mir bitte endlich eine Trompete kaufen Ich glaube ich kann super Blasorchester spielen Hintergrund mit 2 Euro Alter bin ich blau Montes Bizeps mit 2 Euro Wann trainierst du mich wieder Ich schrumpfe Montes rechtes Ei mit dem Zweier Das linke Ei ist viel größer Kannst du mich auch mal streicheln Drei Tage ist es her Montes Gedächtnis mit dem Zweier Wir haben das linke Ei erst gestern massiert Oh man ich glaube ich habe Alzheimer Och Digga was ist denn da jetzt schon wieder los In der Lobby Ey meine Fresse Ach Digga das ist so eine große Scheiße Digga Ja ich gucke jetzt drei Runden zu Es dauert hier wieder Ewigkeiten Oh wieder drei Runden zugucken Es ist illegal bodenlos Der Typ wieder kein Leben Kein Leben Es passiert nichts Na Philipp Moin Moin Warte mal Ich muss mal hier einmal ganz kurz Das benutze ich zum Schlagen Vor zwei Jahren oder so Ich glaube dass ich mit den Handknochen hier an der Seite angeboten habe Beide mal hintereinander Weil ich so dort auf dem Automaten rumgekloppt habe Weil er nichts gegeben hat Ich stelle ein bisschen empfindlich Ich habe sehr oft auf den Tisch gehauen Und habe wieder gemerkt Dass die Stelle anzeigen Wieso oder? Oh die ist ja verbogen Die kann man bei Twitter Kommentare lesen Äh im Idealfall mit den Augen Montes Nackenfalter mit einem 2er Sehr schwitzig hier Wisch mich mal trocken Ach Digga also Bei Montes Hoden mit 2 Euro Kannst du bitte die Beine wieder runter machen Und wir bekommen keine Luft Gedicht der Woche Tag Team Back Again Der Gaming Stuhl wurde weggebankt Wasserwaage schief und krumm Den Montes schlägt mit sehr viel Bum Der Oldschool Roller in Buxet Town Hat früher die Ladies umgehauen Im Ohr so fresh wie Purple Haze Und nichts so lame wie Belize Space Äh Gedicht der Woche Schwanenwerder IRL Endda meldet sich ganz schnell Die Wurst rückt auf den Anus zu Da kam plötzlich die Stuntman Crew Namen Monte auf dem Arm Lärmte sich doch fast von selbst der Damen Doch Monte hatte einen Plan B Zum Leidwesen vom Gäste-WC Ey was macht ein Peng jetzt hier Junge Was soll der Scheiß Digga ich hab dich extra nicht eingeladen Mann Ja Weil du zu gut bist Danny ist genauso gut Nein Peng ist immer noch ein anderes Bett Du hast nur Angst dass dir jemand die Wahrheit sagt Digga Was für Wahrheit Ja Digga ich bin halt nicht der Ja-Sager Der sagt dass die Pilze echt schuld sind So rein in die Lobby jetzt Digga Dann lädt er sich einfach selber ein Ich mach jetzt die Lobby auf und quatsch nicht rum Halt die Fresse du Wix Du wirst hier gar keine Ansagen mehr Digga der Bot holt mich Alter Das ist doch wohl nicht normal Die kleine Hurenzone Digga wie knapp war das War es Ich hab grad vier rote hintereinander bekommen Digga Oh mein Gott ich bin so weit wie noch nie Oh mein Gott Das kannst du dir nicht ausdenken Vorholt Volker mit zwei Euro dabei Erst wenn eine Mücke auf deinem Boden landet Wirst du lernen Dinge ohne Gewalt zu lösen Oh mein Gott Egal Oh mein Gott Mann Montes Headset mit zwei Euro Ey Montel Wann wirfst du mich mal wieder durch die Kante Hat beim letzten Mal richtig reingekickt Hast du das Badetuch schon ausgecheckt und bestellt Besten Dank Kuss Die Firma Das war eigentlich ein recht cleaner Run Was ist schlimm Koks oder Alk Süße Tittlein Den hab ich gesperrt Da hatten wir uns ein Video von seiner Mutter angeguckt Weiß ich noch ganz genau Und er hat geschrieben Süße Tittlein Das fand ich unpassend Seine eigene Mutter Nachzusagen Dass die schöne Titten hat Ich glaube ich hab das noch nie gespielt Mit 29 Leuten Ich auch nie Digga was Geht man am Hang Aber Hammermann Ist das Spiel ein bisschen Ist das Spiel Verbackt Schöpft gerade Mal wieder Digga Wie viele Bananen kommen denn da geflohen Digga Was ist denn hier los Hä Was ist denn mit Vollgeist los Bruder Bruder Das ist Das ist Das ist Das ist der Frechheit Nein das ist nicht Unlucky Das ist ein Bug Des Spiels Das ist gut Du kannst es immer noch schaffen Ja ja Ich hab wieder geploppt Das Einzige was klappen würde Ist wenn ich mich bei dir einhack Mit dem Blindenschlag In die Hand nehme Und an auf Blindenspiel Das hab ich schon Das mit meiner Ex-Koordinate Einst von mal gemacht Digga Das war die einzige Situation Wo ich wirklich nicht erkannt worden bin Selten mit dem Spiel werde ich erkannt Oder mit dem Medien rumlaufen Weil er so irrelevant ist Bist du auch der irrelevant mit Ja Weißt du was Digga Danny hat dich gerade so genossen Weil bis vor einem halben Jahr Kommt man die gleiche Scheiße Über ihn auch noch sein Ja Es geht mir aber sowas Von am Popo vorbei Was der gut findet Und was nicht Ja aber die Zeit genommen Zu kommentieren hast du trotzdem Digga Dann soll er aufhören Mit streamen Und seinen eigenen Bauernhof gründen Vielleicht leben dort die Tiere gesünder Mhm Korrekt Wie der sein Geld verdient Ist Schmutz Aber gibt halt genug traurige Gestalten Die das ermöglichen 17 Likes Er meint euch mit traurigen Gestalten Panigitos Angol Digga Also der Nahname Ist schon gefühlt Ne Deutscharbeit wert Matthias mit dem Totschlag Argument Die Fleischproduktion Wird dort besser überwärt Als sonst wo Wenn das der Marcel Twitchstreamer sagt Muss das natürlich stimmen Okay Hauptsache der Bred zieht dauerhaft onstream An seiner Vape Und hat sich mittlerweile Patente gesichert Das tut mir leid Jetzt hat mir die Augen geöffnet Scheiße Knolle danke dich für 20 gegiftete Sabarinos Thomas mit 8 Euro Bitte leise lesen Oh mein Gott Thomas Und Knolle Best Beste Leben Alles gut Alles gut Alles gut Steh auf Ach man Hallo Ich bin's Eure Twitchstreamerin Wie geht's euch Digga Sag mir hier ein Video rausgesucht an 46 Abonnenten Digga Er hat meinen Support Und dann passt es perfekt Und jetzt erzähl Ich war noch nie so weit Er ist der beste YouTuber aller Zeiten Mund ist Stuhl mit 2 Euro Musst du mich denn immer hauen Auch Oh ja Elgato Firmware Update Digga Du nervst Alle halbe Stunde Ihr könnt mir heute Fragen stellen Und das ganze könnt ihr mal Die Die Kein Produkt Von diesem Scheiß Es ist wirklich Also Digga Ich hab Zwei Fragen Wollte ich erstmal fragen Wann du wieder vor hast Mal wieder nach Berlin Zu kommen Hast erzählt Dass du dir gerne Ein Apartment Oder eine Wohnung Holen möchtest In Berlin Was war nochmal Die erste Frage Stell deine Frage Meine Frage ist Wie läuft es mit Sport Nächster So Rick Erzähl Ok Welche Zeit War für Oh sorry Ich hab die Aussehen Gemoved Stell deine Frage Jetzt Ja Junge Du wirst dich Eh wieder Moven Nein Ich move Die Zwei Mal Wolla Sag Wolla Ich move Dich nicht Welche Zeit Sag Wolla Ich move Dich nicht Aber dass ich mich Nicht mute Wann kann ich Von der PS5 Rechnen Wie ich im Januar Gewonnen habe Im Januar War das schon Digga Oh mein Gott Oh nein Oh nein Oh nein Ach Digga Ich fick meine Versteh dich auf Ja dann scheiß auf das Spiel Digga Ich hab mich mit Marcel Scorpion getroffen In Berlin Wir saßen draußen Auf der Straße Und weder ich noch er Haben gepostet Dass wir da sitzen Älterer Audi A4 Als Limousine Er ist an uns vorbeigefahren Äh Mit Mit Fenster auf Arm raus Genauso Genauso Wühlmoos Knoppoogen Lange Nase Muss doch nichts In hau ich raus In hau ich auch noch raus Mir egal ob Karma mich Richtig Wer trug Ach Digga Ich mach die Runde mit einer Hand Mit einer Hand International Oder international Mit einer Hand Ins Finale Easy Ah Ja 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 Schon ein bisschen botenlos Ja Sieht einfach aus wie Knossi sein Gesicht Wenn er Was sieht aus wie der Das Komm Wohl wahrscheinlich 1,62 Großgroße Fresse Weißt du was ich mein Der ist MDMA Kämpfer Hat sich auch Etwas Neues Also das ist wirklich Dieser Clip Mir wurde der so oft geschickt Ich wurde so oft darunter markiert Ich werde so stigmatisiert Nur weil da jemand Ne Käppi in Unterhemd Und Latschen an hat Das ist die normale Burgersoße Du wirst jetzt davon nicht sterben Bei Mickey Merck waren es relativ schnell Wenn er rot werden würde Gut 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 Ist mir jetzt schon zu schaffen Und ich habe deutlich weniger gehabt als Mickey Auszuhalten Marc Du bist krank Marc ist der Kollege in der Runde Der durch eine 2 Meter Glasbong Direkt ein Zehner auf einmal Schmeppi raut Eine Stufe schärfer als die Burgersoße Die wir jetzt dann eben hatten Hey drei Die zündete richtig rein Dem geht es gerade nicht so gut Bei Abu hat es später reingeknallt Das Wort hat alles voll gekotzt Ich will lieber nochmal 10 mal Schärfe im Mund Als diesen Magen Der nimmt mich auseinander Wir machen hier die internationale Taktik Kann man auch als Tutorial hochladen bei YouTube Autos Survive Nashörner Bist mein Lieblingsstreamer Find Commander Krieger aber besser Schau mal wie er Commander Krieger geschrieben hat Wenn man brutales Magen-Darm-Probleme hat Und von der Außenwelt isoliert ist Was soll da der Sinn sein Ist der Sinn es so akzeptiert Naja aber das war doch voll die traurige Nachricht Digga Diese Werte hat sich ja drüber lustig gemacht Kann auch treu sein Ich würde meine Zuschauer nicht auslachen Digga Wenn sie mir ihre gesundheitlichen Probleme beichten würden Zum Beispiel Bilei hat vor einiger Zeit Und auch Muff haben beide reingeschrieben Dass sie eine Geschlechtskrankheit haben Ohne jemals Geschlechtsverkehr gehabt zu haben Ich bin so dämlich Oh mein Gott Es war so knapp Ah erstmal AFK Digga Kurz Handy Akku geladen Er fliegt auch raus Du bist ein Idiot Junge Die lieben Streamsniperer Bitte geht eures Weges Ich entscheide was getan werden muss Ich drücke hier fette Ansage Haut ab Er sagt Ich entscheide was hier getan werden muss Das hat einfach gepasst